Das Fretmau sieht aus, Junge, die Lampe hängt auf halb neuner. Oh, mein, hätt ich mich mal nicht um die scheiß Lampe gekümmert. Draußen kommt was. Ey, das sind Skeftspieler. Haben die dich erschossen? Ja, der hat mir so in die Fresse geschossen. Mach den tot. Sind zwei. Hier kommt Musik. Stürme vor. Oh, ich bin tot, so ein Assi. Klaus, wenn ich reich werde. Total, total unkompliziert machen wir das dann. Wenn ich reich bin, dann teile ich mit dir. Aber dann musst du natürlich deinen Job kündigen und immer mit mir streamen. Ach so. Mhm. Oder du kriegst anteilig pro Stream. Hast du die hintere Tür, Benji? Ja. Okay. Da wo die Waffengiste ist. Ich hab dann die hintere rechte Tür. Du hast die hintere linke Tür. Und Matze hat vorne. Karten. Großfresser. Seine dumme Quatsche. Was hat er nun davon? Haben wir von vorne oder was? Na hinten, wo wir reingekommen sind. An die kleine Tür von der Old Gas. Boom. Nee. 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 Ach Mist. Also meinen Job kündigen würde ich nicht so gerne, wenn es ehrlich. Aha. Mach's gern, ja. Nee. Nö. Nö. Können wir das dann so machen, dass ich nur noch halbe Tage muss? Ja, das geht auch. Ja, siehste. Ich bin mir zu einig. Also 12 Stunden auf Arbeit und 12 Stunden dann bei mir im Stream. Ah, super. Halbtagsjobs zwei. Ich bin tot. Den hab ich auch noch. Der hat halt gestöhnt wie ein Schwein. Den hab ich noch einen reingedrückt. Unten im Bad ist der. Ganz hinten. Mann. Mach die kalt. Mach die kalt! Mach die kalt! Und das ist jetzt ein Spieler gewesen. Ich würde gerade rum, aber den einen habe ich in die Fresse geschossen, also einen habe ich umgebracht von den Brüdern. Jetzt kriege ich eine Strafe dafür, dass ich einen Skeff erschossen habe. Die sind doch nicht ans Dicht, Alter. Du hast auch so einen Doppelnamen dahinter. Wieso? Warte, ich brauche eine Klamade. Die gehen da so schlecht daneben. Gibt es nicht mal so eine Quest wie fünfmal sterben in Factory oder sowas? Das wäre geil. Nichts leichter als das. Alter, Level 5 war das arme Schweigen. Mit dem Motorradhelm, Jungs. Das hätte ich sein können. Weil Dopa gerade so ein Lachen abgespielt hat. Danke Dopa für 50 Bits. Wahnsinn. Das hat aber gepasst. Ich reg mich hier auf. Ey, jetzt mal ohne Witz. Aber warum kriege ich einen Minus? 0,1. Klaus wurde erschossen. Ich habe ihn gerecht. Wahrscheinlich habe ich den erschossen, der dich nicht erschossen hat. Das ist doch egal. Soll ich warten, bis er mich auch noch erschießt oder was? Ey, diese Skeff-Gammer geht mir richtig auf den Sack, ey. Echt ohne Witz. Wo ist der Vater? Ach so, hier. Ich sitze drauf. Sie warten gerade ihre Hände drin. Alter, das Entladen dauert ja ewig. Was ist denn jetzt? Es reagiert nichts mehr bei mir. Ich bin hier in einer kleinen Empfangsbude. Ja. Da ist hinten an der Treppe. Mäst eine Granate. Da brauchst du eine Metalltreppe? Oder? Und du kannst eine Metalltreppe oben lang. Ach so, okay. Eine Leiche. Brennen außerhalb. Du kommst? Ja, ich bin drin. Okay. Da holen wir noch eine Schnelle. Ja. Ich habe den mit dem Cowboyhut über den Haufen geschossen. Endlich eine Armortour. 0,5. Der hat mich irgendwie angefläht, dass wir ihn nicht beschießen. Irgendwie über Voice over IP. Ach so. Was? Der mit dem Cowboyhut? Der Cowboyhut in schwarzen Klamotten, ne? Ey, das war Spieler Level 47, Alter. Was denkt er sich? Der hat auch gleich direkt den Headshot kassiert. Oli, grüß dich. Herzlich willkommen. Er schießt nicht mehr. Habe ich eine Fehlfunktion? Ich kann es mir auch nicht angucken. Die Knarre macht nichts mehr. Hier blinkt es. Alter, was ist denn los? Oh, geht mir doch schon wieder direkt... Ich kann nicht mal die Waffe wechseln. Geht mir doch direkt schon wieder auf den Sack, Alter. Ich kann nicht schießen. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Ich kann gar nichts machen. Da drüben rennt was. Ich höre es. Der kommt hier hin. Ich gehe rechts rum. Hast du ihn, oder? Ja. Ja. Müssen aufpassen, wir sind Minen. Der ist im... Wie sagt man? Library. Ah, okay. Ich kann nicht mal zur Axt wechseln. Ach man, da war die Knarre leer. Ich bin auch tot. Ich kann nicht mal zur Axt wechseln. Ey, so ein Rotz. Das ist doch Müll. Ja klar, jetzt... Ich kann nicht mehr schießen, Alter. Was ist denn das hier für ein Geplinker? Na bl***, schlisch, Sucka! Ah, sozialer Dreck, Alter. Ey, geht mir doch schon wieder direkt... Sorry, aber geht mir schon wieder direkt auf den Sack, muss ich sagen, ja. Das ist lustig. Irgendwie läuft mein Spiel nicht rund. Was ist da los, Klaus? Weiß ich nicht. Aber sonst macht mir Darkoff schon Spaß, also... Ach ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich lass mir da auch nicht die Lust nehmen, wenn jemand meint, er muss da campen. Dann campt er halt. Bis jetzt habe ich... ...so die schlechten Erfahrungen noch nicht gemacht. Was? Siehst du was? Ab innen. Er sagt wieder nicht Bescheid. Ja, ich war ein bisschen... Sorry, ich war ein bisschen versteinert. Ich hab den jährlichen erwischt, der da oben geguckt hat. Okay. Aber jetzt wissen natürlich alle Bescheid ja, hm? Ja, ist egal. Wo geschossen hat, fallen Späner. Ich weiß auch nicht, ob das ein Scaffer oder ein Spieler, keine Ahnung. Ich war grad total verwirrt. Ich dachte, ich hab den Stream offen, was gar nicht sein kann. Ich bin tot. Ach so. Direkt neben unserem Spawn ist einer gespawnt. Ich hab einen umgelegt. Ich hab einen umgelegt. Ich hab einen umgelegt. Matze, direkt links von unserem Spawn. Okay. War auch einer gespawnt. Der hat mich gekillt. Da ist... Da ist... Ne. Das ist nicht der Waldi. Ach, den hole ich mir den Hundesohn. Hab den? Ne. Ich hab einen. Die sind zu zweit. Ey, der hat mich tatsächlich umgelegt. Alter, gibts denn das? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab den Zweiten. Gib mal, du mit dem Linkeren. Gut. Ah, ist noch einer. Huah! Wo ist der? Wo schießt du, Benji? Bist du das? Ja. Hier oben. Oh, ich bin tot. Hab ihn. Shit. Ich lieg im Dreck. Sind die oben oder unten? Ich wurde grad oben geschossen. Los, wir sind gefeuert. Ey, wie das denn, Alter? Wie ging denn das? Ich hab ne Blutung, aber. Was ist denn da los? Wieder aufgeplatzt. Oh ja. Möglich. Ey, hab ich's nicht belegt? Ach, das ist ne schwere Blutung? Ne. Ist doch ne leichte. Warum... Warum fliegt der die nicht, Alter? Ich drücke doch hier auf der 7 rum wie so ein Vollidiot. Ich kann sie auch nicht... Hä, ich kann sie auch nicht benutzen? Willst du mich verkackeieren, sag mal. Oh, und da geht's ab. Schieß alles zusammen! Nein! Mann, er japst, er faucht, er schnauft auf dem letzten Loch. Ich hab den doch auch genau in der Fresse geschossen. Oh. Guck mal, er steht da so. Ja. Random, mitten im... Ey. Es geht bei mir überhaupt keine Heilung mehr. Bei mir sieht es auch so aus, als hättest du... Guck mal, der läuft total komisch rum. Der hat die Hände so aus den Oberschenkeln drauf. Was ist denn das für ein Scheiß? Guck mal mit, Lukas. Guck dir den mal an. Guck dir den mal an. Was soll denn? Ich freu mich, dass ich das gespött der Bevölkerung... Guck mal da, so wie er rumläuft. Schau mal. Mehr geht nicht. Guck mal, die eine Hand vor seinem Sack. Wollen wir hierdurch oder weiter vor? Hm. Hierdurch hast du halt so eine Zwiesaitenflange, ne? Also so eine Zwiesaitenflange, ne? Au! Von rechts, von... Lebst du noch Matze? Ja. Ich hab ihn niedergeknüppelt. Super. Der hat mir ordentlich einen reingeprätselt. Okay. Das ist keine Kugel rein. Du bist so als ob du pinkeln müsstest und dir mit deiner Hand in einen im Sack knaufst, dass du... Weißt du? Weißt du? Weißt du? Oh, ich muss raus. Guck mal, wie er rumläuft! Guck mal! Oh, das muss ich mir nachher mal reinziehen. Das sieht so schnell aus, wenn der rennt. So plop, 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 plop. Guck mal, guck mal. Hey, Mann! Ich bin doch keine Witzfigur. Ja, das sieht der aus. Wenn du anfängst zu sprinten, das sieht so lustig aus. Du siehst so schnell aus, weißt du? Aha. Kann ich noch schießen? So ein kleiner Gnom, der aufs Klo muss und schnell rennt. Ich kann nicht mal schießen, aber ich kann auch keine Waffe wechseln. Da geht gar nichts mehr bei mir.